Taimen Krause und Ekaterina Leonova sorgten mit ihrer vermeintlichen Liebe in der vergangenen Let's Dance Staffel für viel Trubel. Jetzt kommen neue Details ans Licht. Mit ihrer heimlichen Affäre sorgten Profitänzerin Ekaterina Leonova und Mentalist Taimen Krause in der vergangenen Let's Dance Staffel für ordentlich Trubel. Lange Zeit wurde nur spekuliert, dann tauchten die ersten gemeinsamen Fotos, abseits von Let's Dance auf. Wenig später verkündeten beide, sich von ihren Partnern getrennt zu haben. Doch ein offizielles Statement zu ihrer vermeintlichen Liebe steht nach wie vor aus. Doch teilt Taimen ein Indiz, welches darauf hindeuten könnte, dass die beiden tatsächlich eine Beziehung führen. Taimen und Ekaterin sollen bereits den nächsten Liebesschritt wagen. Wie Bild erfahren hat, hat Taimen vergangene Woche seinen Spotify-Account auf Instagram geteilt, um seinen Followern seine Playlist Das versunkene Theater – Inspiration zu zeigen. Doch einige Fans klickten auf sein Profil und fanden weitere Playlists. Eine davon ist relativ neu, hat nur acht Songs und der Name sind zwei Herz-Amojis. Ist das etwa die Liebes-Playlist für seine E-Card? Vor allem ein Song deutet sehr stark auf die Geschichte von ihm und der Tänzerin hin. In Unendliche Liebe von Nadi heißt es unter anderem, Auch wenn wir unsere Leben beide mit »Nem anderen teilen«, liebe ich dich für immer, doch halte es geheim. Die geheime Liebe dürfte auf die beiden zutreffen, denn als sie sich kennenlernten, war Taimen noch mit seiner Verlobten Sarah zusammen. E-Card ließ vor kurzem auf ihrem Instagram verlauten, wie glücklich sie aktuell sei. Ich glaube, mein Lächeln sagt mehr als tausende Worte. So glücklich fühle ich mich. Außerdem sollen die beiden laut Bild wohl bereits zusammenziehen wollen und eine gemeinsame Wohnung in Berlin suchen. Auch, wenn die offizielle Bestätigung ihrer Liebe noch aussteht, sprechen diese vielen Hinweise für sich.